Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge HKC Recap Und ja, warum bin ich so gut drauf? Das liegt daran, morgen beginnt das neue Second Let's Play Soll ich euch schon einen Teaser geben? Vielleicht am Ende der Folge Wir beginnen mit der Folge Videomäßig kam da ein Unboxing zu einem Acer Gaming Monitor raus Der G276H LLB-IDX Alles klar soweit Das Ganze war eigentlich nur ein ganz kurzes Unboxing-Video mit einem kleinen bisschen Videomaterial auch, was man darauf so sieht Das coole an dem Monitor ist wirklich eigentlich der Rand Das sind keine 5mm, was du da am Bildschirmrand hast Und das ist wirklich richtig cool Wer Interesse hat, einfach mal nachschauen Den Link zu dem Produkt habt ihr dann auch in dem Videobeschreibung verlinkt Dann gehts weiter LS19 Die Beropten AG Folge 28 Ist das denn richtig? Heißt das Ding nicht Folge 29? Ne, es ist Folge 28 tatsächlich Ich glaube schon Gucken wir mal nochmal schnell rein, ob ich da nicht mich vertan habe Ne, ist Folge 28 Wir haben unseren ersten, ich betone wirklich den ersten Baumwollernter, den Baumwollknödler wie wir ihn nennen, gekauft Schlappe 500.000 hat der der gekostet Wenn man bedenkt, irgendwann haben wir dann davon 3 Ja gut Weiter gehts mit ARK Episode 148 Und mit einer Bazooka Ja Wer wissen will, worum es mit einer Bazooka besser geht Ja, der sollte da einfach mal reinschauen Ähm, apropos reinschauen Betta Meme 2 Multi Fun Life Commentary Episode 47 Und wer da dabei ist, kann ich euch gar nicht ehrlich gesagt sagen Deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach mal ganz kurz rein Dann sehen wirs gemeinsam Oder nicht Ne, aber ne Pred Friendly Predator, whistle and mount Weil ich seh gar nicht so viel Oh fuck Hab immerhin einen dabei, ja Ich hab in dem Moment grad auf meinem Laptop geschaut gehabt Und dann sind wir auch schon wieder beim letzten Video angelangt Nach dem kleinen Zwischenstopp Ich hoffe ihr konntet ein bisschen mitverfolgen, was doch so Spannendes dabei war Jetzt eben in ARK Episode 149 Und da seh ich grad, da hab ich mich beim Titel vertan Werden wir jetzt gleich mal austauschen Denn die Folge heißt ARK ARK Ob das irgendjemandem auffällt, wahrscheinlich eh nicht Aber wir ändern das einfach mal ganz kurz So, perfekt Dann stimmt das wieder zusammen Also ARK Episode 149 Und wie könnte ein Baseballteam coachen Das ist zumindest mehr oder weniger die umgangssprachige Bezeichnung meines Titels Den ich da verwendet hab Also Wie im Baseball No Man kann's ja mal probieren In diesem Sinne Sind wir aber auch schon wieder durch Was die Videos betrifft Jetzt ist wie gesagt Äh Kleine Ankündigung Trommelwirbel Ja Morgen kommt ein neuer Secondplay Gut Dann haben wir das jetzt auch geklärt Ähm Als Teaser kann ich euch mal so viel geben Ähm Es ist ein sehr altes Spiel Und ich blende euch jetzt einfach mal ein bisschen Musik ein Von diesem Game Und leichter erkennt's der ein oder andere Ansonsten Morgen 16.30 Leute Geht's los In diesem Sinne Seid ihr gespannt Würde mich sehr freuen wenn ihr ein Abo da lasst Und ansonsten Hoffentlich morgen reinschauen Wird richtig Richtig Cool Bis dahin Euer Olin ist raus Danke fürs Zuschauen Tschau-sen